Hallo und herzlich willkommen! Es ist wieder Project Simple, und heute mit einer neuen Reaktion zu dir extra für euch. Und zwar reagieren wir auf... Da, dann! Feed... Vase! Auf der letzten Musikvideo... Viele. Also bevor ihr das Video anschaut, vergiss auf jeden Fall nicht ein Abo da zu lassen, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Und damit würde ich sagen, wir fangen an, oder? Wir fangen an! Okay, also ich denke, es ist so ein Gute-Laune-Song. Also so, wie bei uns am Anfang... Am Anfang wusste ich gar nicht, also durch die ersten Beats wusste ich gar nicht, wo geht das jetzt hin? Ja. Aber jetzt so, glaube ich, ist es echt so ein Gute-Laune-Song. Ich glaube auch, Gute-Laune-Song. Gute-Laune. Also das hat mir gerade gut gefallen. Der Vibe einfach jetzt schon, gell? Das hört sich gerade richtig gut an. Auch seine Lines gerade. Ja. Also, mir gefällt es richtig gut. Leute, das ist auch ein geiler Track. Also... Also es ist einfach so richtig gute Laune irgendwie. Ja. Allgemein wir auch. Und auch das Musikvideo sieht voll gut aus. Okay. Die Hook. Leute. Die Hook hat mir gerade auch richtig gut gefallen. Die hört sich richtig geil an. Vor allem allein schon die Melodie. Mhm. Die Melodie ist echt geil. Allein schon das Musikvideo. Das sieht richtig gut aus. Das Musikvideo sieht echt gut aus. Aber ich... Also die Hook, die ist auch einfach... Ich weiß nicht. Die hört sich einfach geil an. Ist einfach ein geiler Song. Ja. Das merkt man jetzt schon. Du müsstest gar nicht weiterhören. Du wusstest. Es ist echt so. Okay. Bleib immer ein gerader Mann. Das ist was mein Vater sagt. Allein schon die Line, Leute. Die hört sich mega an. Also... Ohne Witz, Leute. Die zwei passen auch echt gut zusammen. Also... Geil. Also... Die Melodie im Hintergrund. Es ist halt einfach... Es passt einfach alles. Es passt einfach echt alles. Zusammen mit dem Video sogar auch. Ich hab gar nichts auszusetzen. Ich auch nicht. Ich finde auch seine Moves geil. Wie er so tanzt. Ja. Mit dem Bein irgendwie. Ja. Ich fand's auch geil, dass sie diese Schafe einblenden. Ja. Und dann so... Es gibt es viele, 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 viele... Also ich finde einfach die Melodie... Die ist einfach... Die hatte mich schon von Anfang an... Ja praktisch einfach... Am Anfang wusste ich gar nicht, in welche Richtung es geht. Bis dann die Melodie eingesetzt hat. Ja, bis die Melodie eingesetzt hat. Ich dachte auch am Anfang, es kommt was komplett anderes. Ja. Und dann auf einmal kam die Melodie und ich dachte so... Boah, krass. Das ist positiv. Ja. Ich komm rein mit dem Sasa. Viele. 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 Also Leute, ich muss sagen, der Track hat mich begeistert. Ja, mich auch. Also ich fand den einfach geil. Ja. Allein die Melodie, das Video... Ja. Wo die Melodie eingesetzt hat, wusste man einfach... Ja. Und es war einfach so positiv. Wisst ihr was du meinst? Das war... Die ganze Zeit über und die beiden haben auch richtig gut... Die haben sich richtig gut zusammen angehört. Ja. Ja. Und das Video war auch geil. Also... Daumen hoch. Genau. Aber Leute, wie fandet ihr das Ganze? Schreibt es bitte in die Kommentare, lasst ein Abo da und ein Like. Teilt unser Video, folgt uns auf Instagram und Twitter auf Instagram. Project.Zibling. Sonst? Project.Zibling. Und? Schalt euch unsere anderen Videos an. Und damit würden wir uns verabschieden machen. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.